Die 400-Meter-Siegerin, die überraschende deutsche Meisterin bei uns am Mikrofon. Brenda Cartonia-Bill vom CLV Siegerland. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist, glaube ich, genauso überrascht oder noch mehr überrascht wie wir. Ja, genau. Was für eine tolle Zeit. Du bist mit einer Zeit knapp unter 56 hier angereist und jetzt 54-0-0. Ja, genau. Ich bin selbst sprachlos. Was habt ihr denn gemacht im Vorfeld, dass du so stark bist? Ich weiß nicht. Mein Trainer, der hat halt einfach mit mir ein bisschen härter trainiert. Dann kam das. Kann aber auch dran liegen, ihr habt eine ganz harmonische Trainingsgruppe. Gestern hatte ich schon eine deutsche Meisterin hier, Amelie Braun. Genau. Ja, unsere Trainer sind ganz locker und ja. Wie wird das jetzt weitergehen? Kannst du noch gar nicht sagen. Bei 54-0-0, da ist man schnell bei einer 53er-Zeit. Ja, das stimmt. Ich bin noch gespannt. Erzähl sonst was über dich. Du bist in Deutschland seit... Ich bin hier geboren. Du bist hier geboren? Ja, ich bin hier geboren. Und im Verein? Dort bin ich irgendwann hingekommen. Irgendwann aber noch nicht vor so langer Zeit, ne? Nee, vor ungefähr sechs Jahren, fünf Jahren. Aber du bist jetzt über die 400 Meter, also im Prinzip noch ein Greenhorn. Genau, ja, stimmt. Dann werden wir mal sehen, wie es mit dir weitergeht. Die deutsche Meisterin, Überraschungsmeisterin Brenda Cartonia-Bill vom CLV Siegerland. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Interview. Danke. 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 Danke.